Die nächste Band, naja, die nächste Band stammt aus Noci in Frankreich, ist ein Quartett und naja, ich habe Ihnen versprochen, eine Platte oder eine Nummer Ihrer neuen Platte zu spielen. Die Band nennt sich The Slit Blasters. Der Titel heißt nicht Dank Fly und naja, eigentlich ist es eine Punk-Band, aber naja, hören wir einmal hinein in diese Platte The Slit Blasters. Bis zum nächsten Mal. Die Band kommt aus Frankreich, nennt sich The Slit Blasters und die haben eine Freude, wenn sie hier gespielt werden, daher spiele ich sie auch gerne, die freuen sich wirklich und der Titel heißt Professor Graysor. Are you strong enough? More raw terror, more stomach-turning shock than you can take? Das klären, wie zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018